Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Und, und, wer liegt hier in meinem Bettchen? Ein Mädchen, wie schön sie ist. Psst, seid still, sie schläft. Wo bin ich? Wer seid ihr? Gehört euch dieses Häuschen? Ja. Ich war so müde. Den ganzen Tag bin ich gelaufen. Über sieben Berge. Und jetzt bist du bei den sieben Zwergen. Sieben Zwerge? Ja. Sieben Stühle, sieben Teller, sieben Becher. Sieben Nasen. Sieben Haare. Sieben Haare? Na, du bist ja ein lustiger Bursche. Bursche? Ich bin naseweiß. Und das ist mein Bruder Purzelbaum. Ja, pass auf. Purzelbaum, Ordnung. Schade. Und das hier ist unser Huckepack. Und das sind... Picke? Packe? Puck. Und ich bin Rumpelbold. Und wer bist du? Ich bin Schneewittchen. Schneewittchen. Ich bin Schneewittchen.